Hey Feuerwehrauto Frank! Hey Tom! Was für ein super Erntedankfest! Hey Carrie! Komm doch zu uns! Pass auf! Seid vorsichtig Leute! Diese Blätter sind sehr rutschig! Oh nein! Die Wimpel haben Feuer gefangen! Pass auf die rutschigen Blätter auf! Frank! Bist du okay? Los! Einmal noch schieben! Kommt schon! Er ist verletzt und muss erst repariert werden, bevor er das Feuer löschen kann! Tom? Bereit die Inspektion zu starten? Hm! Deine kaputte Stoßstange muss ausgetauscht werden! Der Sturz hat außerdem dein Frontlicht beschädigt! Tom wird dich schnell wieder repariert! Richtig? Lass uns mit der kaputten Stoßstange anfangen! Super! Zeit eine neue auszusuchen! Welches ist die richtige Größe für Frank? Nein! Die ist zu klein! Ja! Richtige Größe! Fühlt sich schon viel besser an, oder? Und zum Schluss das kaputte Frontlicht! Lass uns mal sehen, ob du dich dieses Mal für das Richtige entscheidest! Ja! Genau das Richtige! Gut gemacht, Tom! Frank ist wieder ganz der Alte! Das Feuer löscht sich nicht von allein! Tom, hast du noch etwas für Frank? Hey! Cool! Powerreif, um dich davor zu bewahren, auf den nassen Blättern auszurutschen! Hey! Jetzt sind wir bereit, loszudüsen! Schnell! Das Feuer hat sich schon ausgebreitet! Diese Powerreifen funktionieren super! Klasse! Dann lass uns mal den Rest des Feuers löschen! Super Job, Frank! Und danke, Tom, für deine Hilfe! Fröhliches Erntedankfest, euch allen! Hey, Freunde! Frohes Thanksgiving! Willst du ein Thanksgiving-Kostüm? Willst du ein Thanksgiving-Kostüm? Ich habe dich zum mal den Augen! Ich bin dann... Tschüss! Ich bin dann die Aufmerksam! Ich bin dann! 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 Cooler Hut! Das mit einem Tanz! Ben ist ein Cowboy! Klasse Stierkostüm! Hier kommt Ben, der Stier! Lass es dir nicht zu Kopf steigen, Ben! Hey, lass etwas Kuchen für die anderen übrig! Ben, teil das Essen! Ben, komm zu uns zurück! Erhofft und versteckt euch, Leute! Oh! Uff! Oh! 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 Ah! Gute Arbeit mit der Größenkanone! Warum bauen wir nicht ein Heuballen vor? Marley, führ Ben zum Vor! Klasse Arbeit, Leute! Ben, du tust dir selbst und deinen Freunden weh! Armer Ben! Freunde, Ben tut es leid, dass es sich daneben benommen hat. Freunde sind wichtiger als Essen. Groß Thanksgiving alle zusammen! Hey Kinder, das sieht nach Spaß aus! Was macht Krokodil? Oh nein! Er fesselt Walter! Vielleicht können die Kinder helfen, Walter zu retten. Tschüss! An wenigstens! Oh genau! Oh ja! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was für coole Superhelden! Oh nein! Wo bringt GroKo Walter hin? Kinder, Walter braucht euch! Seid ihr bereit? Da sind sie! Los, AutoVentures, los! Bist du bereit, Baby-Thor? Gib alles, was du hast! Oh nein! Daneben! Bist du okay, Marley? Keine Sorge, kleiner Thor! Marley ist hart im Nehmen! Jetzt, holt euch Coco! Kannst du ihn mit deinem Magneten aufhalten, kleiner Iron Man? Hoppla! Das war nicht weit genug! Lustiger, kleiner Iron Man! Schnell, Marley! Lass ihn runter! Coco entkommt! Los, kleiner Spider-Man! Du schaffst das! Oh nein! Er hat sich selbst gefangen! Kannst du ihm helfen, Tom? Gute Arbeit! Schau! Versuch, dass du ihn diesmal erwischst! Vielleicht ist es besser, zusammenzuarbeiten! Wo fährt Marley hin? Gute Idee, Marley! Okay, Team! Das ist eure Chance! Klasse! Pech gehabt, Coco! Jetzt sag uns, wo Walter ist! Bist du sicher, Walter ist hier? Du kannst ihn hören? Schaut! Walters Mütze! Kannst du ihm helfen, Tom? Okay! Haha! Haha! Musik Musik Hah! Musik Musik Cool. Vielleicht kann Marley Hulk Walter befreien. Weiter so, Marley Hulk. Gute Arbeit, kleiner Thor. Keine Sorge, Walter. Das Avengers-Team hat dich bald befreit. Sei vorsichtig. Mach mal langsam. Danke, Tom und Team Avengers. Was für Helden. Tom findet, dass ihr alle eine Belohnung verdient habt. Hi, Carrie. Mann, oh Mann, hat Walter dir eine Geschichte zu erzählen. Was für ein Abenteuer. Es macht Spaß, Superhelden zu sein. Hast du Spaß? Frank, was ist los? Franks Schlauch ist kaputt. Tom, kannst du helfen? Hm, ha, ha! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wow, ein so gut wie Neustrahl. Schnell, schieß auf Franks Schlauch, um ihn wieder neu zu machen. Oh nein, du hast ihn komplett erwischt. Oh, ist das Frank? Tom, weißt du, wie man sich um ein Baby kümmert? Baby Frank, schau. Wo bin ich? Wo bin ich? Es funktioniert. Oh nein, Baby Frank ist weg. Pass auf. Skylar denkt, dass Baby Frank chilly ist. Du hast recht, Brooke. Feuerbekämpfung ist nichts für Babys. Tom, du musst helfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein Wachstumstrang für Baby Frank. In welche Richtung ist Baby Frank gefahren? Bitte, Baby Frank. Oh nein. Baby Frank will es nicht. Jenny denkt, Frank ist ein richtiges Baby. Baby Frank rieb den Spielplatz. Hey, hey. Da ist Tom. Oh, help. Frank, du musst jetzt erwachsen werden. Chili braucht dich. Frank ist zurück. Ein Kind zu sein macht Spaß. Aber erwachsen zu werden ist auch super. Chili ist so glücklich, dich wiederzuhaben, Frank. Hast du Spaß mit deinen Kaugummi-Blasen? Tom, die Kinder wollen auch Kaugummi-Blasen machen. Hast du noch etwas Kaugummi? Hast du eine Idee, wie du den Kindern helfen kannst? Sind das magische Kaugummi-Bälle? Wow, diese magischen Kaugummis machen ja riesige Blasen. Wieso probiert ihr nicht auch mal die magischen Kaugummis? Wow, scheint als würden alle deinen magischen Kaugummi lieben, Tom. Oh nein, Matilda, der Kaugummi geht nicht mehr von deinem Gesicht runter. Massimo, kannst du ihr helfen? Oh nein, Massimo, du hängst am Kaugummi fest. Tom, der magische Kaugummi verursacht ein Chaos. Hat die Kaugummi-Blasen euch zusammengeklebt? Ihr habt es fast geschafft. Zieht fester. Autsch, dieses riesige Kaugummi-Chaos wird gefährlich. Tom, kannst du dir noch eine Erfindung ausdenken? Was? Wieso? Wie? Oh nein, das wird ein neues annotation. Zum Schrauben? Und, das war ich mir jetzt. Was ist ein nostalgischer Beiraus? Ja, ich bin. Das ist so. Bis zum Schrauben. Ja, ich bin. Dinger, nicht hin. Du hast du nicht. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Ein Supergebläse! Tom, wie wird dieses Supergebläse dieses Chaos aufräumen? Du willst mit dem Supergebläse eine riesige Blase kreieren? Tom, wie bringst du die Autos jetzt wieder runter? Du willst die Schaumstoffkanone benutzen, um die Blasen platzen zu lassen? Alle bereit machen für die Landung! Kinder, seid ihr bereit? Puh, alle sind sicher gelandet! Gute Arbeit, Tom! Der Freizeitpark ist jetzt kaugummifrei! Also, nicht ganz kaugummifrei!